Zuerst muss man eine Vertrauensbasis schaffen. Eine Vertrauensbasis, dass die Spieler genau wissen, wie ich als Trainer ticke. Wenn ich irgendwas sage, dass ich dazu stehe, dass ich dahinterstehe und dass das unerbrückbar ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz wichtig ist, innerhalb der Truppe Vertrauen zu vermitteln. Und dann bekommt man das auch zurück.